Nichts hat diese Region mehr geprägt als der Skisport. Tradition, Skivergnügen und Gastfreundschaft verbindet das Skigebiet Skiarlberg mit seinen Orten St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs, Lech und Oberlech, Schröcken und Wart. Mit der neuen Flexenbahn ist der Kreis nun geschlossen. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren. Seit jeher ist der Aarlberg bekannt als Wiege des alpinen Skilaufs, Vorreiter bei Skitechnik, innovativen Liftsystemen und viel mehr. Ein weiterer Meilenstein ist die Verbindung zwischen Zürs und Stuben. Die Flexenbahn macht Skiarlberg zum größten Skigebiet Österreichs und es zählt somit zu den fünf größten Skigebieten weltweit. Es entsteht die spektakuläre Skirunde Run of Fame vom südlichen St. Anton über Zürs, Lech bis zum nördlichen Wart. Man folgt dabei den Spuren der Arlberger Ski-Pioniere, Ski- und Filmstars. Zur einzigartigen Hall of Fame bei der neuen Flexenbahn. Das macht den Run of Fame zu einem unvergesslichen Erlebnis im nunmehr komplett verbundenen Skigebiet Skiarlberg. Geografie U-B-R-I-B-G-M-G-T Du bist, er macht den Gästen. Dein Begeist, der Gästen,